Yo Leute und damit herzlich Willkommen zu einer Runde Team Survival Games auf dem goma.de.net-server Mit dabei ist der Freecakes Und ich natürlich der Style Crafter Und ja wo bist du denn hier? Ach wir sind direkt nebeneinander Und sollen wir in der Mitte rein? Ok ok So die Linie ist in der Mitte Ja Und los Steinschwert Eisenschwert und ein Diamant Ok lauf lauf Oh shit Wollen wir da hoch auf den Baum? Nein wir gehen hier rein in den Raum Hier ich gebe dir erstmal ein Steinschwert Oh danke Das ist trackiert Das ist ein Spatz Da 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 Ok Schlusszeit Ja jetzt Sollen wir den Clip Lass ihn abhauen Lass ihn abhauen Ich zieh die ganze Zeit Spieler Sind hier überhaupt mal irgendwo Kissen? Ja Ja Und ich glaube das Eisenschwert bringt uns nix Wenn wir jetzt nicht mehr auch andere Spieler töten um Ausriff weg zu bekommen Dann ist einfach raus gehen also ich kann nicht mehr nur so von draußen her Dann kann ich ja wissen wo welche Kissen sind Warte links ist ein Boot Da gibt es richtig viele Kissen glaube ich Also nicht das da drüben aber das andere Wie ist das? Das hier oder? Da hinten schon das? Ja du musst etwas weiter laufen dann siehst du es Ok Oh da sind welche Die sind richtig gute Clip Das ist weg Wo bist du? Oh scheiße die haben auch Eisenschwert Warte der ist doch alleine Ey der will team Sollen wir mit dir drüben? Sollen wir drüben mit dem verarschen Ja warte wir verarschen den Wenn er irgendwie abgelangt ist oder so Aber ich hab mich nicht Ich hab mich nicht Ich hab mich nicht Aber wenn er das bei uns machen Wir gehen zum Boot einfach so Wenn er auch da drin ist und in der Kiste reinschaut Dann klang ihn direkt an Ich versuche ja ihn immer noch in Blickkontakt zu halten Das ist ein anderer Spieler Aber der ist nicht bei uns 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 Ok Ich bleibe hinter dem Wir müssen wirklich hinter dem Richtigen Zeitpunkt warten Ja richtiger Zeitpunkt Da müssen wir beide gleichzeitig drauf Naja halt die ausrüsten Die können bei uns dann Ja Er ist nicht Er ist nicht Er ist nicht Ok Ok Wir warten bis er in der Kiste reinschaut Ok Ok Die da Die nimmt Ok So Alter Da ist so Assi Aber Aber Sorry man Weil du das Video siehst Das ist der Boot passt Entschuldigung Jetzt gehen beide weg Da gibt es Sachen Der hat mir einen Steinschlag gegeben Ok aber wir müssen auf den richtigen Zeitpunkt warten ok Ja Warten wir auf Land Ok Ich lange so lange mit Durst dich ein bisschen Auf jeden Fall verlieren dürfen wir die jetzt nicht Er hat mir Essen gegeben Er hat mir Essen gegeben Und Pfeile Oh Neb Ok dann hat er jetzt auch etwas mehr wissen Ok Warte kurz ich habe vergessen ich könnte ihm noch eine Hose geben wenn du mir wartest Ja Einfach Er fühle ich mich schon mal nicht mehr so nackt Könnt ihr mal bitte aus dem Wasser gehen Also wir müssen nicht gegen die Ecke drängen Ja Ja Dann machen wir die Hose getrackten Ach man jetzt gehen wir mit Da auf Land Du bist der Erste Ja auf diesem Ja ok aber wir warten bis einer stoppt Also auf jeden Fall der mit der bessere Wurst Jetzt Ja ok 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 So Sorry Jetzt Es war süß So 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 Ja Scheiße Acht doch Kannst du mir die Sachen Also ein bisschen Sachen geben Ein bisschen Sachen geben Ein bisschen Sachen geben Ja Ein bisschen Sachen wird schon Ein bisschen Sachen Oh ok Oh alle Kisten Da ist der Spawn Da ist der Spawn ganz schnell Die Kisten sind auch geflit Ja ok Also Ein Spieler Zwei Spieler Achtung Dir hat Schwert Ja das auf den Ja das ist der Spawn Oh ja das ist der Spawn Ok nice 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 Geh ein bisschen zurück Geh ein bisschen zurück Oh nein ich glaub ich hab dich getet Der ist Spawn Ja Ja Ok nice Oh shit Oh ich dachte du wärst tot Oh ok Wie viele Arten hast du noch? 7 Lol Ich dachte du wärst richtig low Echt Ok hoffentlich ist Jetzt ist kein Team mehr erlaubt oder? Doch ist erlaubt Immer noch? Auch im Deathmatch? In Deathmatch ist er erlaubt Ja ist erlaubt Warte geht zu mir Willi zu mir Ist auch im Team Oh der Klingel Ok ich glaub ich hab den richtig gut gehettet Kannst du mich boosten? Scheiße Nein Vielleicht nicht Ok den einen hab ich Warte den anderen müsste ich auch machen Ja ok Ach mit unserer Assi Chuck Dicks So weit gekommen Ok machen wir einen fairen Kampf Ja ohne Bogen Ohne Bogen Ohne Bogen Und ohne Feuerzeug Ohne Feuerzeug Kann er bitte mal leise sein Haha Warum? Warte kurz ich schließ mal mein Fähes ab Warte kurz ich schließ mal mein Fähes ab Einfach nur Das Finale hier anhalten sind wir schon zwei Ok fairer Kampf Ja nur mit Schwert Nur mit Schwert Ok Nur mit Schwert Los Nein! Survival Games So fremmer hat ihr mit mit dem Freak Games Schaut in der Beschreibung Da ist er verlinkt Und Wir sehen uns das nächste Mal Harte rein und Ciao! Tschüss!